Hallo und zurück zu DayZ. Heute spiele ich ganz kurz alleine auf dem Hardcore-Server. Ich suche mir ein paar neue Sachen zusammen und bin da schon ein wenig in Probleme mit Zombies geraten. Ich trage zwei Feuerwaffen mit mir rum und kann somit eigentlich nicht so schnell oder so gut wechseln. Ich habe eine AK-101 bei mir, aber kein Magazin. Ich suche gerade danach und komme hier auf Balota gleich in einige Schwierigkeiten. Darum verlasse ich euch jetzt erstmal kurz. Genießt die Show. Oh, scheiße. Wow, nicht getroffen. Wo kam das denn jetzt her? Ich bin doch nicht allein auf Balota. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich versuche es. Da gehe ich durch. Wo steckst du? Also von irgendwo muss er doch geschossen haben. Ich schleiche mich mal ein bisschen näher ran. Ah, ich habe einen Zombie gepullt. Verdammt. Gucken, ob ich ihn sehe. Ja, ist er. Ah, schlechter Zeitpunkt. Oh, scheiße. Das war es wohl. Oh, scheiße. Ich bin irgendwie noch nicht tot. Au. Oh, nein. Boah, man hat nicht so ein Leer. Weg hier. Alter Schwede. War das knapp. Ah, kacke. Wir müssen erst mal weg hier. Keiner verfolgt mich außer Zombies. So, ich glaube, ich habe jetzt mal Ruhe. Ah, we need it. So, ich glaube, ich habe jetzt mal Ruhe. Ah, kacke. Ah, kacke. Ah, nein. Ich weiß halt nicht, ob er noch lebt. Ja, komm schon. Zwei Schüsse, oh Mann, ey. Voll hier Panik hier. Ach, komm schon. Ach, da kommt der Nächste. Da haben wir noch eine Packung. Ich habe ja eigentlich 100 bis 200 Schuss bei mir. Aber jetzt ist gerade etwas ungünstig geworden. Oh, kacke. Wo kommen die denn alle her? Ach, geh weg, ey. Mein Gott, das hört ja jeder hier im Umkreis, wenn ich hier die ganze Zeit rumballere. So, jetzt kommt kein Zombie mehr. Jetzt kann ich doch so bleiben. Kaputt, kaputt. Ach, scheiße, meine einzigen Racks, kaputt. Kaputt, kaputt, kaputt. Kaputt. Oh Mann, ey. Ach, kaputt, kaputt. Ja. Geil. Alles am Arsch. Man, da kannst du das sehr wenig über. Ah, das gibt's doch nicht. Okay, bei Morphin stand Damage, das ist gut. Das ist alles noch gut in Ordnung. Oh, ein besseres Scope. Ey, verdammt. Ne, so geht's nicht. Jo. Ja, ich hab ein AKM Magazin, aber kein AK101 Magazin. Das ist irgendwie voll nervend. Ich hätte hier auch lieber eine AKM. So viel Schuss, wie ich dafür hab. Alles noch frei. Keine Zombies mehr. Ich denke, ich geh jetzt mal gucken. Alles noch zu. Der ist keiner. Aber eben, das hat auch getrügt. Ich dachte, ich sei alleine hier. Boah, also ich hab dem ja wirklich viele Kugeln reingedrückt. Jede Wette, dass der umgefallen ist. Oh, jetzt geht das wieder von vorne los. Oh, noch einer. Jetzt geht das in den Zombies wahrscheinlich wieder von vorne los. Ich hab doch so viel Munition. Wo ist die denn? Ne, ist leer. Da ist sie. Oh, Zombie. Da ist meine ganze Munition. Oh, alles ruiniert. Oh, Kacke. Das war's wohl mal mit meinem 200 Schuss. Ah. Alter, das nervt. Ich hätte sowieso nie alles erfeuern können. Boah, ist das Kacke. Wie viel Munition davon jetzt kaputt ist. Oh, ey. Hier, ich spawnen direkt vor mir. Das ist doch zum Kotzen. Oh, scheiße. Ich blute. Ich hab keine Racks mehr. Oh, jetzt muss ich nach vorne. Gucken, was er hat. Wenn er da liegt. Ansonsten schnell was zum Verbinden finden. Ich bin mitten auf Balote. Oh, fuck, ey. Ich bin mitten auf Balote. Oh, fuck, ey. Und weg mit dem Scheiße. Boah, ey. Der hat mich oben gespawnt. Da liegt er. Äh. Hat den schon irgendeiner gelootet? Scheiße, ey. Ich brauch was zu verbinden. Der hatte eine Mosin und eine SKS. Der hatte auch zwei Waffen bei sich. Oh man. Einen grünen großen Rucksack hatte der. Das kann doch nicht sein, ey. Da hab ich jetzt auch keine Zeit für. Das ist aufzunehmen. Nichts. Nichts. Äh, ne. Ne. Oh, da kommen die nächsten Zombies. Irgendwo ein T-Shirt oder so finden und Racks draus machen. Mann, wo sind wir durchgehangen? Ja, Zombies. Ich bin hier oben. Scheiße. Ja. Nee, die müssen jetzt weg. Oh, wie hat der mich getroffen? Schon wieder leer. Ey, verdammt. Geiler Scheiß. Nee. Oder? Nee. Da kann man keine Tiers draus machen aus einer Pudelmütze. Ja, nervt. Hier ist doch meistens was drin. Nee. 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 Oh, ich bin schon wieder Zombies. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Da. Scheune. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ah, Gott sei Dank. Puh. Oh, brech ab, brech ab, brech ab, brech ab. Oh, komm schon. Oh, nee. Oh. Ja, mein S-Galz liegt natürlich jetzt da. Geiler Scheiß. Oh. Oh, drei Stück, ey. Komm schon. Oh, zwei auf einmal. Na, komm. Oh, alter. Oh, endlich. Oh, jetzt nutze ich das Ding, bevor ich hier umfalle, ey. Oh, endlich. Ich blute nicht mehr. Ach, kacke. Verdrückt. Junge, 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 Junge. Oh, sind die auch schon wieder kaputt? Oh, kacke. Das ist jetzt hier echt wenig. Von den ehemaligen 200 Schuss. Habe ich jetzt vielleicht noch knapp 40 Schuss. Moment, das kann man hier nochmal ausholen. Alles kaputt im Rucksack. Scheiße, noch eins. Egal, mit dem Dosenöffner kann man noch öffnen. Äh, alles kaputt. Oh, das gibt's da nicht. Ich hatte zwar keine CH75, aber... Och, das war doch vorher noch nicht... Oh, jetzt ist das auch kaputt. So ein Scheißdreck. Mein letzter Wreck. Na, hier ist noch alles heil. Badly damaged. Oh, schick. Ach, ruiniert. Ah. Hehehe. Jussi, 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 jussi. Jetzt halt's am Arsch. Puh. Fazit. Statt Sachen zu finden, hab ich's auch verloren. Oh, jetzt trink ich aber noch was, ey. Du musst wieder heilen. Komm, 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 komm. Mach hinne. So. Kein Healing. Komm, noch ein bisschen mehr. Kacke, komm weg hier. Das ist noch ein gutes Gebäude. Hier ist nicht viel. Scheiße, hier ist überhaupt nichts. Was war das? Alter. Hat er mich gesehen? Da läuft er. Äh... Grüner Rucksack. Gasmaske. Mause. Kommt mir bekannt vor. Hab ich ihn nämlich getötet oder hat ihn jemand ausgezogen? Wo ist er? Boah, ich hab jetzt echt keine Lust noch, mich nochmal zu battlen, ey. Da tipps mir jetzt was aus und scheißegal. Boah, weg hier, ey. Ich hab mir jetzt echt die Schnauze voll. Puh, verfolge mich nicht. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Ich hätte doch lieber nicht alleine gehen sollen. Jetzt hab ich wieder ordentlich Platz in meinem einzelnen Westen und dem Rucksack. Na, toll. Der Zombie verrät mich natürlich jetzt. Was mache ich jetzt hier oben? Blatt den Zombie. Hey, dann logge ich hier aus, ey. Genug Stress für heute, ey. Da kommt der Scheißer. Komm her. Na, Scheiße. Ich blute schon wieder. Hoffentlich ist das Rack noch ganz. Oh du Arsch. Oh, Gott sei Dank. Jetzt hab ich auch keine Racks mehr. Gut, das wird mir hier ein bisschen zu bunt. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Echt der Hammer, ja. Das war's.